jo leute herz kommt zu einem neuen ich versuche jetzt die ganze zeit trittschaft doch dann klappt es nicht wenn es klappt dann klappt es nicht ja was ich dazu noch sagen soll war ich jetzt nicht aber lass uns einfach beginnen also es wird so ablaufen wir schießen den Gegner erstmal low und dann versuchen wir ihn zu noscopen also einfach noscopen viele wissen vielleicht was ein noscopen ist aber also viele wissen bestimmt von euch das was ein noscopen ist also bin ich schon mal seid ihr auch schon mal aufgeklärt wir bräuchten aber mehr luftkissen um zu sagen immer schön hier diese dinger öffnen öffnen schön XP sein falls noch nicht jemand level 100 ist ich bin ja auch noch nicht level 100 deswegen und schutzpuren also chest nehmen eben wollte ich schon ein video machen da habe ich es geschafft aber dass mir leider mein internet abgeklappt auch ab hat also zu den Leuten alle die hier ist haben ja noch eine Runde und dann ist die Aufnahme gestoppt genau da in dem Moment ist und ähm mein ab also es ist einfach abgekackt ne also mein internet ist einfach abgekackt dann so erstmal sprachen gern begotten und dann so kurz bubble unterricht geholt und dann alles gut geht ich bin da ich bin ich bin ich bin ich bin mir nein sehr schön Borti Kallofi Wär jetzt auch nicht der schlechteste Ah, dieser Lippold der jetzt zieht sogar ich höre sogar, der zieht tut mir irgendwie jetzt gerade weh ähm, den ganzen Dienst zu lassen, aber ich brauche halt nur Sniper und hier die Waffen, die ich gerade um im Inventar habe Sprachenlernen mit also deutscher Unterricht davon auf jeden Fall nicht haben Boah, da habe ich mich gerade schrecklich Jo, 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 alles gut alles gut, alles gut, Digga wir wissen, du bist der Stärkste wir wissen, du bist der Stärkste wir wissen, du bist der Bombo im Haus wir wissen es du musst es nicht uns noch zeigen und wir wissen auch, dass ich ähm dich klappen würde, wenn ich diese Challenge nicht machen würde auch wenn ich liebe diese Challenge irgendwie wo ist es hin wo ist jetzt hin wo ist er, die der ist weggerannt er ist doch warte warte wie wo ist er, der hat sogar schön außer es ist nicht gut hier habe ich mich ein bisschen das ist ja nicht ich verstehe es kann nicht eben hat er sich behandelt wie so also eben habe ich mich erschreckt aber jetzt benimmt er sich als der echteste Spieler der Welt ja komm ja egal komm Vor allem ist der D-Mex geworden, ey. Fake. Ich hasse das Wasser. Das ist das E-Club geworden, wenn sie schon sagen. Also. Auch wenn ich jetzt Karl eben an diesem kleinen Typ ist. Ich hab einmal ein Programmer war. Und den Fichter geangelt hat, als wär's ein bisschen erster Fisch gewesen. Ähm. Was war das? Der hier schon gar nicht hinweg. Okay. Wenn wir uns mit dir weiter da hinschießen. Oder? Fahrradpisch lieber nicht. Und ich darf dich öknen. Das ist so viel besser. 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 Nein, nein, nein. Ich hasse diese Teile. Wirklich, ich bin kein Fan von denen. Muss ich euch wirklich sagen. Sturzpolster. Trichot, bitte. Trichot. Kann ich ein Trichot bei ihnen machen? Ja, okay. ich lasse es lieber sein vor ich bei dem tüchert anfangen der gehe ich zu malach und dann da das genauso gleich lecker mein kopf ist in der ich nicht gut finde ist dass der karpasche da hinten uns blöd dass er grad da oben sparschippt also so mit zingern sparschipp und so deswegen müssen wir uns weise benehmen dann kann ich sagen hallelujah so wir sind auch tischpädale m und es ist kein und die Pläne aber es war wieder und spitzten und und ich hab mir so vorgestellt Ich würde mich ähm nicht abbelassen. Okay. Ich werde mich abfackeln. Ich werde mich abfackeln. Ich werde mich auf den Blog schreifen. Ich hoffe ich... Okay, los. Was? Was war das denn? Der ist ja komplett in meinen Schuss reingerannt. Die Arme! Was hab ich denn immer gewusst? Das ist schon immer. Ich laufe immer noch an. Nein, meine Settings sind wieder anders. Aber da war. Noch jung. Jetzt sind meine Settings wieder anders zu meditieren. Wartet, Leute. Ach man, ey. Das ist doch ekelhaft immer. Uff. Ja, bisher haben wir noch kein... also kein Prickshot gemacht. Die letzten fangen nicht empfehlen wetten der kämpft wieder irgendwo in der letzten ecke ich schlug oder nicht zu treten ok wer zu mir noch mal schlecht sagt dann weiß ich auch nicht leute ich weiß es nicht wer zu mir schlecht sagt weiß ich auch nicht haut rein hier habt ihr euer trickshot gehabt bis bald euer luca